Ein Mercedes-Benz B180 steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem silbernen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 24.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war enge 2014. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Einpackhilfe, Bluetooth, und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 122 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,8 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017